Ich lerne Deutsch. Nummer 8900 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Weihnachten bedeutet mehr als nur Geschenke. Es geht um Liebe, Freundschaft und Nächstenliebe. Weihnachten bedeutet mehr als nur Geschenke. Es geht um Liebe, Freundschaft und Nächstenliebe. Weihnachten bedeutet mehr als nur Geschenke. Es geht um Liebe, Freundschaft und Nächstenliebe. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich habe wirklich nicht daran gedacht. Kannst du mir verzeihen? Wie konnte ich das nur vergessen? Ich habe wirklich nicht daran gedacht. Kannst du mir verzeihen? Wie konnte ich das nur vergessen? Ich habe wirklich nicht daran gedacht. Kannst du mir verzeihen? Immer mehr Menschen hören meine täglichen Podcasts. Immer mehr Menschen hören meine täglichen Podcasts. Immer mehr Menschen hören meine täglichen Podcasts. Ich finde den Fisch da oben am schönsten. Wie heißt er? Ich finde den Fisch da oben am schönsten. Ich finde den Fisch da oben am schönsten. Wie heißt er? Mit Taucherbrille und Schnorchel erkunde ich die Unterwasserwelt. Mit Taucherbrille und Schnorchel erkunde ich die Unterwasserwelt. Hier sieht man den Druckmesser eines professionellen industriellen Kaffee-Rösters. Hier sieht man den Druckmesser eines professionellen industriellen Kaffee-Rösters. Hier sieht man den Druckmesser eines professionellen industriellen Kaffee-Rösters. In der Stille der Nacht flüstert der Mond dem Universum Geheimnisse zu. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.